Hallo Freunde, ich wollte mich mal ganz kurz bei euch melden bezüglich der unregelmäßigen Video-Uploads, was da im Moment auf meinem Kanal so vor sich geht, weil das ja im Moment doch tatsächlich recht planlos aussieht, was da kommt, beziehungsweise ich hab grad auch keinen Plan. Es liegt daran, dass ich weiß nicht, wie viele von euch das mitgekriegt haben, ich hab das ja mehrfach erzählt gehabt, dass ich letztes Wochenende bei Rock in Park war. Ich hab zwar für Rock in Park Videos vorproduziert, aber nicht dran gedacht, dass ich ja vermutlich die Tage danach auch keine Videos machen kann. Weil ich da ungefähr so klang und meine Stimme war tot und ja, ich konnte auf jeden Fall keine Videos aufnehmen, ich war nicht in der Lage. Dann musste ich jetzt die letzten Tage außerplanmäßig viel arbeiten, dann kamen E3-Pressekonferenzen dazu und ich weiß nicht, ob man es jetzt grad hört, meine Nachbarn kamen auf die Idee, ihr komplettes Dach abzureißen und ein neues Dach draufzusetzen. Das ist auch sehr laut, das heißt, mittags kann ich jetzt sowieso nicht aufnehmen im Moment und abends bin ich jetzt im Moment durch Arbeit eingeschränkt und so. Ich werd heute wieder dazu kommen. Ab morgen kommt wieder Yonder. Ich hab ja in der letzten Folge Pokémon Quest schon gesagt, das wird jetzt nur noch sporadisch kommen, da werd ich halt ab und zu noch ein Video zu machen und den Rest halt offscreen machen, weil es halt sonst sehr langweilig wird. Und es ist halt doch ein Handy-Game, ich weiß nicht, ich werd da vielleicht noch 3-4 Folgen dazu machen und dann war's das auch mit Pokémon Quest, da wird dann nicht mehr dazu kommen und die restlichen Tage kommt eben wie davor auch ganz normal Yonder. Pokémon Rot müssen wir mal gucken, wann Zwan und ich wieder zum Aufnehmen kommen. Heute kam leider die letzte Folge, die ich auf Reserve hab. Wir schauen, ob wir vielleicht am Wochenende aufnehmen können, wenn nicht. Kann ich leider nicht versprechen, muss ich ein Alternativ-Let's Play für die Zeit suchen, das dann halt so lang läuft. Entweder irgendwas Offenes, das halt nur so lang läuft, bis wir wieder Pokémon Rot aufnehmen oder irgendwas, was ich dann nebenbei weiterlaufen lasse, wo ich dann halt Yonder wieder unterbreche, wenn Feuerrot, äh, wenn nicht Feuerrot, Rot weiterkommt. Und, ja, weiß ich noch nicht ganz, wie ich das schaue, das werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall werden ab morgen, na, Moment, ich hab keine Rotaufnahmen, ab morgen werden keine zwei Videos am Tag kommen. Ah, nein, Hilfe! Oh Gott! Ah, ich, ihr werdet mal schauen. Ich muss jetzt erst wieder in den Rhythmus reinkommen, ich hab jetzt tatsächlich seit Rock im Park, also seit letztem Wochenende noch nicht einmal aufgenommen. Äh, es ist gerade echt hart. Und ich schaue, dass bis spätestens in der Woche alles wieder seinen standardmäßigen Rhythmus hat und auch der Upload-Plan in meiner Videokanal-Beschreibung wieder soweit stimmt. Ich danke für euer, ähm, Verständnis und wir sehen uns dann. Die Tage bis dahin und ciao, ciao! Bis dahin und ciao! Untertitelung des ZDF, 2020